Hallo Leute, wir machen Part 5 von Tomb Raider Definitive Edition und am Ende vom letzten Part haben wir zwei Gegner hinterrücks erledigt, würde ich mal sagen. Indem wir einen Pfeil in die Mauer geschossen haben. Oh, da oben leuchtet was. Oh, da oben leuchtet was. Aha. Aha. Ah, ich komme sogar da durch. Waffenmodulverzierung verfügbar. Verbessern Sie die Waffen im Lager. Okay. Äh. Okay. Will ich da runter? Äh, wollte ich wohl. Ja. Schaut euch mal diesen Ausblick an, Leute. Ich meine, es ist leider jetzt Nacht, aber ist das nicht cool gemacht? Mit diesen Bergen und den... Ist das nicht cool gemacht? Ich bin einfach nur begeistert und unsere arme Lara ist ziemlich zu schunden. Ah, okay. Das leuchtet. Ist ja klar. Das ist eine Lampe. Oh, da unten ist noch was. Aber da kann ich runter. Aha. Alles klar. Jeder Erfahrungspunkt hilft uns, glaube ich. Sehr schön. So, wo sind wir hier? Hier geht es nicht weiter. Da müssen wir wohl dann da durch. Glaslaternen. Schießen Sie... Schießen Sie auf die Glaslaternen, um sie zu zerstören und ein Feuer zu legen. Okay. Lara kriecht. Oh, schaut mal. Du. Ich kann die Waffe nicht ziehen. Ich kann die Waffe nicht ziehen. Lautloser Killen. Für lautlose Kills drücken Sie Y in der Nähe von Feinden. X. Shit. Nein. Überhaupt nicht. Oh. Nicht. Oh. Da oben ist einer. Oh, schaut mal. Da oben sind... Haben gerade Fässer geleuchtet. Kann ich die... Kann ich die anschießen? Wahrscheinlich. Sonst würden sie ja nicht leuchten. Oder... Muss ich da... Ging das nochmal? Ah. Waffe. Shit. Das geht wohl nicht. Na. Ja, sag mal, wie stabil ist denn der? Autsch. Na, 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 na. Oh, Mann, hier. Ach. Okay. Puh. Oh, noch mehr. Oh, shit. Aha. Muss nachladen. Wie viel halten ich die denn aus bei normal? Habe ich den jetzt erwischt eigentlich? Sieht so aus. Da war doch noch irgendwo einer, oder? Okay. Was ist denn? So. Autsch. Oh. Wo bist du, du Mistkerl? Seilrutsche, springen sie auf Seilrutschen zu, um sie zu benutzen. Uff. Wow. Modell freigeschaltet, okay. Uff. Darf ich sagen, mal schauen, ob ich noch ein bisschen Munition einsammeln kann? Ach nee, da waren wir ja schon. Oder? Nee, da waren wir noch nicht. Halt, da war was. Ein Seidenfächer kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Okay, da kann man jetzt nichts zusätzliches finden, weil hier auf der linken Seite keine Lupe ist. Okay. Oh, da drüben leuchtet was. Ach, da müsste ich aber wahrscheinlich, ach ja. Durch dieses Feuerding bin ich durch, da müsste ich dann wahrscheinlich zurück. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Ah, Munition. Sehr schön. Zumindest Pfeile haben wir gefunden. So. Was haben wir hier? Ah, hier hätten wir was, wo wir anzünden müssen. Ach, hab ich natürlich jetzt nichts Feuer erforderlich. Äh, Yalara, lauf mal. Oh, und da drüben ist eine, eine Kiste. Da ist kein Loch in der... Oh, ich versuche mal da rüber. Ah, hier geht's runter. Oh, da ist was zum Essen, glaube ich. Ah. Ah, ich drücke immer B statt X. Jetzt. Ja, soll ich da mal versuchen rüber zu springen? Ich glaube, das müsste doch gehen, oder? Jawohl. Nein. Ich hab wieder B statt X gedrückt. Mist. Sorry. Ja, aber den will ich jetzt schon holen. Ach, der stinkt mir ein bisschen, dass ich den jetzt gerade nicht einsammeln kann. Nein. So. X drücken. Aber hier kann ich jetzt nicht meine Fackel anmachen, oder? Nein, das geht nicht. Okay. Jetzt schau ich mal, ob ich da rüber springen kann. Ja, das geht. Ah, hier war ich schon. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter die Treppe rauf. Das war, glaube ich, hier. Ja, genau. Hier kommt man mit der Seilrutsche. Wo ist denn das? Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen. Unsere Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns. Und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl. Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie. Sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig. Nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand. Nass vom Blut meiner Kameraden. Und wusste, ich würde ihm folgen. Hm. Eine tolle Wahl. Ähm, Geständnisse eines Solarii. Solarii. Erlösung. Das ist das Tagebuch von Nikolai. Einer der Überlebenden auf dieser Insel. Er erwähnt einen Vater Matthias. Ist das derselbe Mann, den ich getroffen habe? Erlösung. Oh, da geht es aber auch runter, oder? Ah, schaut mal. Wasserfall. Sehr cool. Und... Wo geht es hier sonst so hin? Da ist ein Wasserfall. Ja. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier sind wir reingesprungen. Und das hat es jetzt scheinbar hier weggesprengt oder so. Ah, okay. Hoch mit dir Lada. Genau. Und da ist nochmal was zum Essen. Ja, Bärik. Gut, und hier sind wir, glaube ich, mit der Seilrutsche runtergekommen. Ja, genau. So, dann gehen wir mal weiter hier, die Treppe. Endlich. Oh, die übersehe ich hier nix. Es wird gespeichert. Okay. Ah, linker Stick. Oh, die übersehe ich. Das sieht so cool aus, Leute. So cool. Wo kann ich das jetzt eigentlich runterlegen? Da würde mir dann, glaube ich, so ein B angezeigt werden, dass ich B drücken muss. Wer schießt hier? Ich komme, Rath! Gott sei Dank, du liebst. Mit Gott hatte das hier nichts zu tun. Schön, dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel nun auch nicht. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben einen Rucksack. Der Sender vom Rettungsminister. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Komm. Tu mir das nicht an, du verdammter Misske. Okay. 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 Was mache ich jetzt bloß? Das Rudel ist irgendwo da oben. Schrei um Hilfe, finden Sie Roths Rucksack. Wow, Leute, schreibt mir das bitte unbedingt in die Kommentare, was ihr da so denkt. Aber die Zwischensequenzen sind einfach nur so genial. Wahnsinn, okay. Den kann man sogar noch verwerten. Okay, wir müssen da rauf. Oh, schaut mal, ein Hühnchen. Ein Kaninchen. Oh, oi, oi, oi. Aha, okay. Die bringen sogar was. Oh. Oh, da kann man was anzünden. Momentchen mal, kann das sein? Mit Licht ist es generell schöner. Erleuchtung. Erleuchtung. Neue Herausforderung. Abschließend für EP. Oh nein, Erfahrungspunkte. Das sieht ja hässlich aus. Eins von zehn Statuen erleuchtet. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier nach solchen Statuen Ausschau halten. Da ist was zum Einsammeln. Hier können wir auch was machen. Ah, okay. Okay. Hätten wir das auch mal abgebrannt. Mitten ins Wasser gesprungen. So, okay. Ja, was es hier alles gibt. Hühnchen. Momentchen. Ah, ist egal. Aber sie hat das Feuer jetzt fallen lassen. Ich hole mal. Ah. Habe ich getroffen? Tatsächlich, ich habe getroffen. So, dann würde ich sagen, hole ich mal nochmal kurz ein Feuer. Ah, hier stehen mehr von diesen Anzündteilen rum. Genau. Und, äh, ja. Jetzt muss ich ja irgendwo hin. Was ist hier? Da komme ich nicht drauf. Wo muss ich nochmal hin? Da hoch. Wie war denn das? Und schaut mal da oben, der Leuchtturm. Oder der Funkturm. So ein Sendemast oder so. Ja, ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin, oder? Wo geht's nicht hier lang? Oh. Hier geht's nirgendwo hin. Okay. Na, da müssen wir wahrscheinlich auch wieder irgendwas aufsprengen, oder so. Ähm. Ja, aber wie komme ich denn jetzt mal da rauf? Hm. Oh, da hinten. Schaut mal, da hinten. Kann ich da drauf springen? Ja, oh. Nein, das geht nicht. Muss ich das verschieben, oder so? Nee, kann sie nicht verschieben. Hm. Man schaut mal, dieses kaputte Holzregal. Ist das cool? Oh, wartet mal. Ah, da. Okay. Kommt mir bekannt vor. War ich da schon? Uh, uh. Okay. Okay. Ja, vermutlich, äh, wenn wir hier... Ah, Bergung ist gut. Wenn wir hier... Schaut euch mal diese Stacheldraht an. Ähm. Wenn wir hier... Äh, Himiko-Statuen finden. Ah. Momentchen. Einsamen. Immer schön alles einsam. Oh, da liegt was. Nach zwei Wochen erhielt ich eine Audienz bei ihrer Majestät, Himiko von Yamatai. Ich muss gestehen, eine Frau wie sie habe ich noch nie getroffen. Schön, aber rätselhaft. Ja, berechnend sogar. Sie umgibt sich mit ihren Priesterinnen der Sonne. Da ist kein Mann, außer dem General ihrer Armeen. Als ich sie alleine traf, wurde mir klar, dass sie nicht ist, was sie zu sein scheint. Mein Herr wollte, dass ich spioniere, die Stärke ihrer Truppen ermittle. Doch nun scheint es, als ergründe sie mich. Mein Herr hat die Bedrohung durch Yamatai wohl unterschätzt. Ich weiß nicht, wie stark die Sturmwache ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Konflikt mit der Sonnenkönigin nicht anzuraten wäre. Alte Schriftrollen gefunden. Botschafter. Erste Eindrücke. Eine alte Schriftrolle. Es müssen die Erinnerungen des chinesischen Botschafters an seinen Besuch am Hofe der Sonnenkönigin sein. Und warum sind die Erinnerungen immer noch auf Yamatai? Ui. Okay, cool. Cool, cool, cool. Ja, wo geht es jetzt hier mal weiter? Da kann ich runtergehen. Wo komme ich da weiter? Ich kriege zumindest noch ein bisschen Berge aus. Da komme ich nicht hoch. Da komme ich auch nicht hoch. Halt, was war das? Noch was. Das hier muss einem US Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel? Oder war es nur eine Vorhut? Marine. Stehen diese Markierungen für verlorene Freunde oder getötete Feinde? Wie auch immer. Er brauchte einen Drink. Er brauchte einen Drink. Äh, Semperfee gefunden. Was heißt denn das? Naja gut, Leute. Ähm. Ich würde aber sagen, das Ganze hier ist ja schon sehr Labyrinth-mäßig. Und ich würde sagen, unseren Weg suchen wir weiter im nächsten Part von Tomb Raider Definitive Edition. Also bis dann. Ciao. 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 Ciao.